Seid gegrüßet hier auf Kanal GGG. Der GGG und der Professor leben. Der Professor will weiter Skripts verfassen und der GGG weiterspielen. Was kommt also auf euch zu? Erstmal geht's weiter mit Heranichma. Dieses Klassik-Action-Rollenspiel ist nur eines von vielen, bald vielleicht Diablo, aber auch das eine oder andere Gameboy-Spiel steht an. GGG wird spielen, denn es ist Herbst und da kann er weniger über die Wiese rennen, dann muss er die Welten retten. Denn was bleibt echten Mängern wie dem GGG? Die einzigen Abenteuer spielen sich im Kopf oder auf dem Computer ab. Klar, GGG bleibt der Hell, der er immer war. Adios.